Willkommen zum Kanzler. Und der hat wegen des Wahlkampfes in den USA vor riskanten Entwicklungen gewarnt. Man sehe, dass in Amerika, wie auch in vielen anderen wohlhabenden Gesellschaften des Nordens, die Unsicherheit wachse. Das sagte der SPD-Politiker dem Portal T-Online. Und diese Unsicherheit über die Zukunft, die führe dann zu innenpolitischen Spannungen. Die Entwicklungen in den USA hätten damit auch hierzulande folgen. Die Vereinigten Staaten seien Deutschlands wichtigster Bündnispartner. Damit sei alles, was dort passiere, auch für die Bundesrepublik wichtig, so Scholz. Vielen Dank.